Hallo, mein Name ist David Will und ich reite jetzt die dritte Saison als DKB-Teamathlet. Bislang waren meine größten Erfolge als Einzelreiter, dass ich das Weltcup-Springen in Zerturgenbosch mit Colorit gewonnen habe und den Nationenpreis in Wellington in Amerika. Meine Ziele für den Rest der Saison sind, weiter in der Riders Tour und in der Global Champions Tour Punkte zu sammeln und dort eben im Endklassement irgendwo vorne mit dabei zu sein.